Ich bin mir wahrlich nicht sicher ob das der richtige Weg ist, aber es muss der richtige Weg sein, ich kann irgendwo anders hin. Es sei denn, ich kann die anderen Personen da ansprechen und dann gehen sie doch weg, aber das kann ich mir nicht vorstellen. einVERSUK ist es wert, weil es halt so ungewöhnlich ist, das Level jetzt wieder so heftig anzieht... ja die dritte arena müssen wir auch noch skippen bis die zerschneider nein nein leider nicht viel anzeige ich hätte schutz anwerfen soll eventuell gibt es noch was cooles zu fangen weiß man das ist auch ein trainer aber der hat halt mega kurzsichtigkeit und spricht mich erst an wenn ich direkt vor ihm stehe wer bist du denn bombe wieso ist das ein bomb ich sehe dass er eine bomb in der hand hat aber das ist doch eine trainer klasse ich habe mich richtig entschieden mit fett davon die legen wieder los mit ihren nervattacken lässt sich fett davon über die antwort ist ja ja das tut er es wird wahrscheinlich nicht reichen oder nicht mal ansatzweise ist auch okay denn ich habe ja das hier schlimmer wäre es jetzt nur gewesen bei woher das reicht dann aber trotzdem für das nächste level das reicht dann aber trotzdem für das nächste level das ist doch das ist doch bekloppt diese wüste das ist effektiv oh man hätte man das mal vorher gewürzt aber woher soll man das denn sehen man das ding ist lila lila sind normalerweise gibt immerhin kann man das noch geschafft und das bekommen das jetzt noch noch ein flitschau damit ist das tier das gibt alles oh mein glück lass mich jetzt nicht im stich ich hau nur 10 raus neun ist auch ok bitte 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 ich bete ich bete ich bete nein oh er lässt mir Tür und Tor offen das gibt's nicht das gibt's nicht noch eine Chance ich bin voll auf die überstechen weil es jetzt eine Ausbildung wieder ist man muss ja richtig hart halten warum nennst du uns die Hauptstadt ungarns ne moment quatsch was erzähle ich was erzähle ich für quatsch alter das ist ungarn merkt man dass ich nicht denken kann wenn ich voll der exkase bin ja in jedem steil acht eitungszenten du fehlst mir in der sache warum gehe ich jetzt direkt auf die Bälle ich müsste erstmal versuchen dich zu schwächen ich weiß in deinem feld ja sollte hinhauen aber da du hässlich bist wie sonst was werde ich dir in den Spitznamen verpassen nur ich werde dich nur für die Sammlung jetzt fangen was steht denn so über dich mit falschen apostrophen mit falschen apostrophen was ist ach so das ist richtig weil das ist apostrophiert wird hat es überhaupt beide oder so das sieht aus ob der körper da unten abgeschnitten ist ja weg mit dir komm nie wieder komm nie wieder ja Mann ey ich bin ich bin das ist nicht die ich dachte ich habe gedacht die Stiege das macht so viel schaden ja da wiss ich aber was gegen vielleicht hängte ich das aber noch tank ist hervorragend schön meine wabbelmastel reingesprungen aber es hat nichts gebracht wir gehen die optionen aus was war denn das für ein typ wir können es ja mal mit du und anrufen ja vergiftet das teil mal das kann auch intensiv vergifte das ding das wäre perfekt kritik der nächste angriff sollte es so oder so sein ich trau mich an nicht mit elektro anzugreifen weil ich mir nicht mehr boah alter jetzt ist es aber ja auch du lehren 20 oh nein nicht das teil ich habe kaum noch was kämpfen kann aber ich müsste jetzt wohl heilen ja ich muss heilen ich habe doch auch fresh water dabei nehmen wir das noch ich habe nicht die 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 und mich hier alles Grün und Blau schlagen möchte aber ist wurscht Amoraso dann bist du auch im Boden... Alter Erdbeben ich bekomme die gesamte... ich bekomme das gesamte Bodenattacken Arsenal ab hier oh das muss ein Stryfe... das muss ein kompletter Pfeifet werden, aber ist es nicht also wenn ich jetzt eine glückliche Roll habe, dann reicht das nicht ja Leben am Limit, wie so oft wow, das war jetzt... hä? das sah jetzt nach einem Volltreffer aus Gott... also das nenne ich echt schwierig und das Wort auszusprechen ist auch schwierig na, was, 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 was Lando hat eine Weiterentwicklung oi, 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 oi oh Mann, was ist das denn für ein riesiger Block oh Mann oh Mann Sehen wir es positiv... wir sehen die meiste Zeit nur den Backsprite ja genau das das ist meine reaktion vielen dank morgen du hast einmal eine richtige reaktion führt ein gut ist gut es führt ein guter länder es ruht ein irgendwie wollte ich daraus jetzt was politisches stricken aber ich habe mir dabei sei bei den finger gepikst mit meiner stricknadel und der schmerz hat mich zu sehr irritiert naja probieren vielleicht ist mir ein bisschen netter zu mir ich will ich lieg am Boden wieso hab ich so viel Pech wieso das Team wirklich auseinandernehmen wo wir vorn ah vergiftet vielleicht habe ich Glück und es will nicht angreifen, ja. Denkste. Aber jetzt kommt dann endlich mal wieder ein Moment, an dem Stöckle was probieren kann. Du wirst ja wohl in der Lage sein, das hier zu besiegen, wenn es vergiftet ist und schon so weit hinten da, der Balken. Also das wird ja wohl jetzt was. Vor allen Dingen kannst du Bodenattacken abfangen. Ja, das war eigentlich viel. So, jetzt sei mal blöd und benutzt nicht Intensität. Ich gehe auf! Ich gehe auf mit dieser Sechen. Ich gehe auf mit dieser Sechen, Leute. Ich... Immerhin hat es nicht viel Schaden gemacht. Ich gehe auf! So! Was will mich jetzt erquicken? Coldchul. Sehr, sehr ungünstig. Weil es ein Feuerpuppe ist und ich... ...vierfach Schwäche dagegen habe. Sollte ich jetzt allerdings identities... durchbekommen, dann könnte das nicht allzu schlecht sein. Na Kocho? Rauchwolke. Gib dir gleich Rauchwolke hier. Oh nein. Verfolgung? Ey, das wird ja wohl die Level abbleiben oder? Kleine Verfolgung kannst du sonst so hinstecken hier. Ich will mich jetzt nicht noch mal einbauen. Ich hoffe Poison Paul reicht jetzt. Scheiße! Mann! Was? Was? Sprayst meine Arme? Okay, vielleicht... Ey, ending mal, ending mal, komm! Komm, komm! Das sind deine EP, ich spüre es. Ich spüre irgendwas warmes. Nämlich das Feuer vom Combschloss, das man den fickt. Passt es. Also zumindest so sieht es optisch nicht anders aus. Ja, ist gut jetzt. Komm schon los! Wenn das jetzt auch noch ein Trainer ist, der Typ da unten, dann bin ich verloren. Na los, bring was hinter uns, was bist du?